Kurz nach 21 Uhr kommt es am Dienstagabend im Wiener Prater zu einem tödlichen Unfall. Eine Frau wird bei der Attraktion Olympia Looping von einer Gondel eingeklemmt und stirbt an Ort und Stelle. Jede Hilfe kommt zu spät. Wie Augenzeugen berichten, steht die 31-Jährige sehr nahe am Fahrgeschäft und wird von einer Gondel am Kopf getroffen. Es deutet derzeit alles auf einen tragischen Arbeitsunfall hin. Es gibt keine Anzeichen für ein Fremdverschulden. Wie die Polizei bestätigt, war die 31-Jährige Frau eine Mitarbeiterin des Fahrgeschäfts. Der Olympia Looping ist erst in diesem Frühjahr nach Wien gekommen. Erst seit 14. Februar 2022 ist die Attraktion im Prater in Betrieb. Jetzt kommt es nur eineinhalb Monate später zu dem tödlichen Unfall. Bevor der Olympia Looping im Frühjahr im Prater aufgestellt worden ist, ist die größte transportable Achterbahn der Welt mit einer Streckenlänge von 1250 Metern schon an vielen anderen Orten im Einsatz. Eröffnet wird die Bahn im Jahr 1989 beim Münchner Oktoberfest. Mit ihren fünf Loopings sollte sie damals eine der Hauptattraktionen auf jedem Volksfest sein. Die Gondeln bewegen sich mit bis zu 100 kmh auf der Achterbahn. Bremsen und moderne Technik sollen den Betrieb sichern. Der Mitarbeiterin hat das aber nichts geholfen. Der Mitarbeiterin hat das aber nicht geholfen, weil es nicht geholfen ist. Untertitelung des Sellers